Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Kate und Mia, ihr verlasst den Zug auf der Rückseite. Wir stellen zunächst die Wachen am Bahnsteig kalt. Anschließend werden Sanchez, Sam und ich versuchen Pferde aufzutreiben. Wir reiten zu dritt zu dieser Mine nach Norden. Doc, Kate, ihr bleibt hier unten in Grants und haltet uns den Rückweg frei. Versteckt euch am besten in der Scheune dort drüben. Was ist mit Mia? Du weichst Kate keinen Schritt von der Seite, ist das klar? Ich pass schon auf sie auf. Dann los. Was ist das da? Ja, alles klar. Willkommen, meine Damen und Herren. Zur nächsten Folge Desperados. Ähm. Ja, super. Okay. Also hilft nicht. Wir müssen das hier machen. Scheiße, wie soll denn das gehen? Ich hab die falsche Tasse gedrückt, ne? Ich blöde, Mann. So, also. Zack. Zack. Der Doc. Knallt ihn ab. Du. Ihn. Und ich hoffe, ich kann mit John ein bisschen öfter schießen. So. Ich würde sagen, here we go. Ja, weiter geht's. Hat jemand deinem Plan? Hörlich ist auch nicht. Ja, und hier? Okay. Gut. Also wir haben es geschafft. Wir sind schon mal raus. So. Vorsicht, aber erstmal. Alle bitte nachladen. So, haben wir jetzt. Böschchen. Gut. Wir werden es mal ein bisschen aufräumen. Gibt's hier noch eine weitere Tür eigentlich? Gibt's hier keinen Plan? So, wir räumen erstmal die ganzen Leichen weg. Das wäre erledigt. Gut. Wenn wir das haben, dann können wir uns erstmal die Karte angucken. Weiter geht's. Gut. Speichern. Also. Ach, du heilige Scheiße. What? Ach, da oben liegt noch einer. Kriegt den irgendwie weg? Nee, den kriegt man nicht weg. Alles klar. Der muss liegen bleiben. So. Also, Kater. Ach, du heilige Scheiße. Ja, und jetzt? Ah, was haben wir denn hier alle drum liegen? Also, wir haben hier einen Stein. Den können wir schon mal einsammeln. Wir haben hier unten einen weiteren Stein. Kannst du Steine stacken? Ja. Sehr gut. Hat jemand einen Plan? Hat jemand einen Plan? So, wo muss ich hin? Nach Norden, ja? Um in die Mine zu kommen. Alter, was ist da los? Hat er gerade jemand die Schossen? Ach so, die schießen immer auf den Typen hier. Oh, Gatling Gun. Dynamit, nee, doch. Dynamit Stangen. Können wir hier noch rumliegen? Äh, ach, ein Sattel. Okay. First Aid. Und da durften... Oh, noch eine Gatling. Alter, Gatling Gun. Und so, da. So, Fass. Scharfschützen, Munition. Und... Sattel. Plus Stein. Ach, du Scheiße. Ja, super. Frage ist, mit was fange ich an? Kate könnte ich aber auch benutzen, ne? Die Zeit drängt. Kate könnte ich theoretisch benutzen. Praktisch schwierig. So, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter. Ähm, ja. Zu viel dazu. Den Typen eigentlich gesehen. Ist aber der erste, den ich ausschalten muss. Ja, und jetzt? Ja, komm her. Und jetzt? Scheiße, Alter. Da schoss. Ja, und jetzt? Ja, war sehr leidig. Angekommen. Okay, da lässt dich nicht bitten. Ach, kacke, und dann kommen auch schon die Leute. Okay. Ruhig, Sida, nicht Sida. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, bevor die Zivilisten kommen. Weiter geht's. Der ist weg. Alter. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich überall lang muss. Was? Was? Ich muss mir das nochmal durchlesen. Versuchen Sie, drei Pferde zu organisieren. Schlagen Sie sich mit Cooper, Sam und Sanchez nach Norden durch. Und verlassen Sie dort die Stadt über die Straße. Die zwei Säure wieder. Ah, Kajita Mia steht an den Fersen. Bleibt die beiden zusammen. Ja, okay. Also ich brauche drei Pferde. Da wäre der Sattel für das Pferd. Das wäre Pferd Nummer eins. Da ist ein Pferd allerdings ohne Sattel. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd, aber kein Sattel. Da ist ein Pferd auch ohne Sattel. Alter. Ja. Meine Damen und Herren, wir werden nicht umherkommen. Mindestens hier rein zu müssen. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Pferd. Okay, das ist ein Pferd. Hast du Schnaps? Ach, du hast doch nicht mal Schnaps. Hör doch mal auf. Gut, den kann ich aber mit dem Stein K.O. hauen. Hat jemand einen Plan? Ah ja. What the fuck, Alter? Kannst du mich verarschen? Ja, und jetzt? Ja, gut, das Problem ist, selbst wenn ich ihn jetzt hier K.O. werfe, äh, K.O. werfen wollen. Wer ist denn da? Angekommen. Gut, ich könnte... Ich habe ja zwei Steine. So, jetzt kommt der andere Typ. Okay, das ist ja auch mit dem Ding. Los, hoch mit dir. Also, ich habe hier keine Steine mehr. Ja, und jetzt? Alter, wer hat denn da so schnell geschossen? Naja gut, ich kann es natürlich versuchen mit der Uhr Diese Uhr ist so sinnfrei, weil die kein Mensch benutzt, also weil da keiner hingeht Ja, lauf mal dahinter Macht er, macht er natürlich nicht, willst du mich verarschen? So, er hat die Arschkarte oder was? Ich hoffe, er sieht mich hier nicht Okay Ich müsste ihn genau hinter dem Fall Treffen Scheiße, ich habe das Alter, das ist doch unfassbar Scheiße Ich muss versuchen hier genau rechtzeitig reinzurennen, dass er nicht schießt Mann, hör doch mal auf zu schießen, Junge Ja, und jetzt? Ja, komm mal hier rein Das wirst du noch bereuen Na, komm rein Na, komm her Ja, lauf einfach dahinter Ich hoffe, der holt jetzt nicht irgendwelchen Nachschub Hallo Alter, krass So, ah scheiße, sind vier So, ah scheiße, sind vier Ah, das ist natürlich jetzt super billig Aber Ich kann mir gerade nicht anders irgendwie zu helfen wissen Okay Das wäre erledigt Ja, und jetzt? Ich muss das irgendwie darüber erstmal probieren So, da kommt auch noch einer an die Rand Na ja, angerannt Nennen wir es Rennen Gut Fuck, Alter Ja, komm rein Ja, kommt rein hier Ach, wie ist es einfach kein Mensch interessiert Kommt doch hier rein Ach, Leute Nee, nicht da Hier Ich schieß doch von hier oben Schwierig Was jetzt? Ein Unschuldiger wurde getötet Ist da jemand? Oh, schnell, schnell, schnell Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Guck mal Ein Glück Okay, ich muss echt aufpassen, dass sie Hallo Ja, hier? Dass sie, die da im Kreis stehen Nicht scheiße bauen Mann, ich komme trotzdem nicht an den Na, jetzt komme ich aber mit den Steinen weiter, oder? Was ist jetzt los? Ach so, ja Das sind immer noch die, die da hinten schießen Okay, ist Esther? Juckt das den? Nee, ne? Oh, ich hoffe, er sieht mich hier nicht Dreh dich um Dreh dich um Oh, ey, Kind Deine Chance What the fuck? Okay Oh Gott, war das knapp Na, komm Warum siehst du mich denn? Wer bist du denn? Ach, der Typ So Okay, safe So First of all nimmst du den Stein Und dann räumst du hier mal auf So, wir räumen erstmal ein bisschen auf Und dann Hallo Dann sammeln wir erstmal alles ein Ja, und jetzt? Ja Das ist ja aufgeregt, wa? Ha, wie geht's? Kinderspiel Aber ich habe eine Idee Der wird jetzt hier rumrennen Ja, und jetzt? Dann kriegt er Das Wurfmesser in den Hals Dann müsste er theoretisch Irgendwo hier vorne hoffentlich liegen Was ist jetzt los? Okay, er rennt wieder zurück Okay, ich weiß nicht, wo er hinrennt Wir sammeln erstmal ein Also Scharfschützen Munition Wichtig, wichtig Das haben wir auch eingesammelt So, den Sattel brauchen wir auf jeden Fall Ich will nur was testen Was sehen wir nicht Okay, er wird erschossen Ich muss echt aufpassen, ey Gut, okay Wir schnappen uns den Sattel Und holen uns das erste Pferd Dann ist noch ein Stein Boah, ich hoffe, dass die Jungs da oben Jetzt kein Hackmack machen Ja, der Typ ist immer noch weg Aber der interessiert dich ja nicht Okay Wir können ganz kurz ausrasten Also es juckt ihn tatsächlich nicht Okay, erstes Pferd gesichert Und ein bisschen Stuff eingesammelt Boah, jetzt wird's schwer Die werden hier überall hingucken können Hör auf zu schießen Böse Menschen Gut, das kann man schon mal klemmen Also uns Das ist auf jeden Fall Wenn, dann hier unten lang Ja, wir haben hier Angekommen Angekommen Oh, shit Shit, alter Boah, damn, alter Okay, ich muss ihn anlocken Boah, der hat einen mickrigen Radius Weiter geht's Shit Juckt ihn nicht Morgen So, in der Hoffnung, dass er jetzt Sich von Nein, jetzt rennt er da wirklich nach hinten Angekommen Angekommen Ist doch nicht sein Ernst Angekommen Das gibt's doch nicht Ja, und jetzt Das ist doch nicht sein Ernst Jetzt rennt er noch ganz hinten Beim achten Mal Oh, okay Oh, okay Oh, okay Scheiße, er hat so'n krassen Radius. Ah, doppeltot. Komm schon, das schaffe ich. Oh Gott, ein Glück. Ein Glück. Oh Gott, der ist auch down. Wieder einer weniger. Boah, es ist aber auch ein harter Level hier. So, wir rennen gleich durch in die Scheune. Oh Gott, wie es ihn überhaupt nicht juckt, aber er ihn hinschickt oder was? Lauf man nach da. Ja, der... Wie es einfach gar kein juckt. Was jetzt? Ach so, ach, weil ich hier so quer um die Ecke gucken können. Ah, scheiße. Okay, jetzt läuft er auch woanders hin. Auch geil. Ich weiß nicht, wie weit der... Gibt's doch nicht. Der kann hier echt noch durchgucken? Ich weiß nicht, ob der sich bewegt. Oh, schnell, 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 schnell. Oh. So, was jetzt los? Was denn jetzt? Okay, ich bleibe. Oh, scheiße, Alter. Was denn jetzt? Warum ist denn er so aufgeregt? Oh, scheiße, Alter. Ja, und jetzt? Ah, da oben liegt halt auch noch einer, ne? Da muss man echt drauf achten. Okay. Boah, wie soll man denn das schaffen? Was macht er denn hier? Ja, das wird ihn überhaupt gar nicht interessieren. So wie sonst auch immer. So, der wird jetzt aber zurückkommen. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich ihn halbwegs... Ja, und jetzt? Weiter geht's. Ja, und jetzt? Oh, das sind die einzigen Stellen, wo ich die Leute töten kann, ohne dass irgendwas an Alarm ausgelöst wird. So, der kommt. Der muss halt auch genau hier in die Ecke. Scheiße. Scheiße. Machst du nett. Der ist auf jeden Fall arg aufgeregt. Alter, aber wie soll ich denn die ausschalten? Da muss ich mit Kate jetzt arbeiten. Sehr gut. Ich denke, der wird jetzt auch genau mir in die Arme laufen. Ja. Scheiße. Ich kann Kate nicht benutzen, weil die Uschi da hinterherläuft. Wir testen es einfach mal. Komm mal her, Uschi. Scheiße, Mia kommt mit. Nee, ich kann... Oh, kacke. Ich kann... Kate nicht benutzen. Oh, Leute, da wäre das dritte Pferd. Was macht ihr denn jetzt? Alter, fuck, was macht ihr denn jetzt hier? Oh, Gott, das war richtig gut. Oh, ich hoffe, der Typ da hinten stirbt nicht. Man weiß es nicht. Oh, super gut bis jetzt, super gut. Ich muss mehr Leute töten. Oh, Gott. Also, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann ist es mir sowas von egal. Dann habe ich ihn nicht erwischt. Oh, Gott, das war aber jetzt super gut. Da habe ich ja etliches ausgeschaltet. So, guckst du oder schläfst du? Du schläfst. Okay. Oh, was ist jetzt? Ich kann mal ganz kurz mit Sanchez helfen. Ja, der wird jetzt hier gleich schießen. Ah, super ungünstig. Ja, ich muss dich jetzt einfach weiter mit Schüssen irgendwie hier anlocken. Hilft nichts. Das darf nicht zu viel sein. Ja, vier ist okay. Da brauche ich nicht nachladen. Oh, mein Gott. Ah, ich speichere mal lieber noch nicht. Oh, es waren sogar fünf. Naja, quick save. Äh, quick load. So. So. Weiter geht's. Oh Gott. Was? Ach, scheiße, da drüben sehen mich alle. Ah, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich ungünstig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scheiße. Kann ich vergessen. Ach, kacke, das kann ich vergessen. Naja, sechs Leute schaffe ich nicht. Okay, das... Da machen wir ganz kurz einen taktischen Rückzug. Ja, und jetzt? Das werde ich nicht hinbekommen. Ja, ich weiß nicht. Oh, die dürfen bloß... Wo rennt der denn da rum? Die dürfen bloß kein Alarm schlagen, die Jungs. Das wäre jetzt echt ungünstig. So, nächste Runde überstanden. Oh Gott, Alter. Was ist jetzt los? Ach so, der Typ wieder. Na ja, alles gut. Ich muss ein wenig verschnaufen. Verschnaufen. So, wir kommen aber schon mal auf drei Pferde. Das ist super. Jetzt muss ich nur noch die ganzen tollen Typen hier loswerden. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Natürlich ist es einer drin. Da müssen wir mal ganz kurz Sanchez holen. Können wir sowieso mal die anderen alle holen. Was wirst du noch bereuen? Oh Gott, den krieg ich gar nicht. Gut, das juckt den aber auch nicht. Na, kommst du rein? Ja, kommst du rein. Ja, kommst du rein. wie viele leute kommen denn da auch immer noch raus das ist ja der hammer ich habe richtig spaß an diesem level schießen ist dass die revolver glühen morgen ich weiß es nicht mehr man lauf man john ja nicht getroffen ich hoffe sie haben gesehen wo ich rein bin hola ja komm rein wow to the head okay bin ich blöd ich bin einfach zu blöd ich bin wirklich zu blöd okay ich habe die falsche das gedrückt ich habe die falsche das gedrückt machen ich habe ich habe wirklich immer noch die falschen tasten in der hand jetzt und ohne dass ich getroffen wurde sehr gut wieder zwei weniger wenn ich muss trotzdem trotzdem hier hoch wie kannst du gucken gar nicht mal komm wir mal ein bisschen um die ecke heilige maria gott alles dass die leute das war gar nicht interessiert dass ich hier ihre kompanier und bringe hier sucht ihn nicht es juckt ihn einfach nicht du gehst ich bleibe wer ballata so und der nächste jawohl super da war es nur noch einer also hier zumindest war war das schlecht also es lehrt sich meine damen und herren ist damit noch jemand ohne es lehrt sich zunehmend so wer noch übrig ist sind die beiden hier oben an der gärtling gum eine gärtling gum das wäre eigentlich auch wieder was für sanchez oh shit 117 einer kommt raus wow 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 alter schweder ich treffe den dahinter nicht gibt es ja gar nicht ja gut ordentlich angeschlagen aber ich habe ja noch dog und hier hinten hatten wir glaube ich noch ja bisschen was zum regen ich nicht außer ballern habe ich hier gar keinen plan heute so wir sollen uns erstmal alle hier würde ich sagen der typ muss eigentlich auch noch mal dran glauben so ich glaube nicht dass hier noch irgendwo typen drin sind also außer in dem teil hier das wäre alles das wäre alles schlafen okay so wir quartieren uns mal ganz kurz hier alle ein und sam holt mal ganz kurz das dritte pferd ich weiß immer noch nicht was die da oben für eine mission haben ich weiß immer noch nicht was die da oben für eine mission haben das war einfach ja das ist das war das war sinnfrei okay wir machen erstmal die jungs schnell was jetzt ist der tot ne noch nicht wenn wir erstmal die beiden da oben noch jemand ohne weil ich mich da erstmal ganz kurz umschauen muss ich hoffe dass das so klappt wie ich es gern hätte hier das ist ja Oh, entschuldigung. So, schnell, schnell, schnell. Sam, warte mal ganz kurz fesseln. Der Stock geht wieder rein, 1, 2, 3, also, gut. Einfach nur fürs eigene Gewissen, dass ich nicht alle getötet habe. Gut. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie komm ich... Also, ich muss ja an denen vorbei. Weil ich muss nach Norden. Also, mein Weg muss mich hier lang führen. Scheiße, da oben sind noch Leute in der Gatling Gun. Okay, wir müssen erst mal eins am anderen. Wir heilen uns erst mal. Ah, da sind sieben Dinger. So, Sanchez nimmt sich die Gatling Gun. So, jetzt muss ich hoffen, dass ich an denen irgendwie vorbeikomme. So, scheiße, ich muss da durch. Ich muss da durchführen. Ich muss da durchführen. Ah, krass, okay. Töten den also. Eiskalt. Nein! Oh, ich hab die falsche Liste gedrückt. Scheiße. Nein! Oh! Das schaffe ich. Das schaffe ich. So, Nummer uno. Was jetzt? Hä? Okay, ich muss die Runde abwarten, bis die alle geschossen haben. So. Sind sie in Ordnung? Oh, ja. Hau ab! Geh! Oh, geh bitte weg! Hat jemand da nen Plan? Scheiße, Alter. Oh? Wie grausam. Junge, geh doch bitte! Hilfe! Es ist nicht sein Ernst. Er haut einfach nicht ab. Lassen Sie dort lang! Angekommen! Alter, wo lauft ihr denn hin? Ich kann auch von allem. Wie schrecklich! Ach, schön! So, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Das wäre erledigt! Wir holen nur noch schnell die Pferde. Alter, wo läufst du denn hin? Ich glaube, ich bin da Gettling an dem Typen hinterher, oder was? Wo rennt es nur hin? Nein! Nein! Oh Gott, mein Glück. So, abschmeißen. Was ist nun? Sam braucht ein Pferd. Der Gettling-Boy ist weg. Der Doc bleibt hier, ist richtig, ne? So, wir speichern ganz kurz. Aber rein theoretisch müsste das jetzt so stimmen. Oh Gott, was eine Mission. Wieder nur mit dir, Wald. Super. Komm schon, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.